Herzlich Willkommen auf dem Kanal, ich bin euer Jigsaw und heute geht es um Squadbusters, ein neues Mobile Game von Supercell, von den Machern von Clash of Clans and Go. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gameplay dazu und wenn es euch gefällt gefallen hat, lasst doch gerne einen Like oder einen Kommi da. Lasst mich auch gerne mal wissen, was ihr über das Spiel denkt und ob ihr spielen werdet. In diesem Sinne, wir hören uns am Ende nochmal. Let's go! 3 6 8 9 9 10 Kult Fusion Kult Nice! Nine players remaining Barbarian Two minutes Barbarian Eight players remaining Seven players remaining El Primo Six players remaining Crushing it Five players remaining Final stretch Gem Mine open Arbarian Fusion Four players remaining 30 seconds 30 seconds El Primo Fusion Das war's von Squadbusters, dem neuen Spiel von Supercell, dem Machen von Glash of Clans. Ich hoffe es hat euch etwas Spaß gemacht. In diesem Sinne lasst doch gerne ein Like oder ein Kommentar und ein kostenloses Abo auf dem Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video, euer Jigsaw. No Tiefs Oh 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 Das war's für heute.